Die Bauforum24 TV Barmer Specials wurden präsentiert von Zeppelin. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. New Holland präsentiert die neueste Version seines Graders, den F156.7A. Augenscheinlichste Neuerung ist die neu gestaltete Kabine. Ralf Grönbold aus dem Produktmarketing erläuterte Bauforum24 TV Details. Das Gerät F156.7A wie Allrad, das ist der Gräder von der Marke New Holland Construction in der siebten Generation. Das Gerät ist bewährte Technik. Der erste F156 kam 1978 auf den Markt und seitdem ist das Gerät eigentlich immer sehr erfolgreich gewesen. Das Besondere an dem Gerät ist, dass wir mit der Marke New Holland Construction einen Gräder bauen, der exakt auf die Anforderungen europäischer Kunden eingeht. Das heißt, wir verbauen ein sehr kompaktes Gerät, das sich sehr feinfühlig bedienen lässt. Wir haben einen Wandlerantrieb da drin, sechsgängiges ZF-Getriebe. Damit lässt sich das Gerät exakt auch in sehr langsamer Arbeitsgeschwindigkeit bewegen und es ist genau das, was die Kunden von so einer Maschine in Europa fordern. Was als Messeneuheit wir hier auf dem Stand zeigen, ist eine wesentlich verbesserte Fahrerkabine. Der Fahrer ist heutzutage im Grädergeschäft das Wichtigste an der Maschine und er soll auch einen komfortablen Arbeitsplatz vorfinden. Deswegen haben wir eine neue Kabine auf die Maschine aufgebaut, die wesentlich geräumiger ist. 130 mm zur Seite, 100 mm nach hinten, wesentlich verbesserte Schalldämmung, Isolierung, sodass der Fahrer bequem seiner hochkomplizierten Tätigkeit danach gehen kann. Was hinten verbaut ist, ist ein moderner 6,7 Liter Kamenrail-Motor, elektronisch geregelt. Er arbeitet in zwei Leistungsstufen, das heißt er liefert 130 kW in den Gängen 1 bis 3 und 142 kW in den Gängen 4 bis 6. Die Maschine verfügt über einen vollständig gekapselten Drehkranz, der aus Rollenlagern aufgebaut ist, so wie man das von Schwenklagern der Bagger kennt. Er ist wartungsfrei und bleibt das auch über die gesamte Lebensdauer der Geräte, die teilweise 20, 25 Jahre übersteigt. Die Bauforum24 TV Barmer Specials wurden präsentiert von Zeppelin. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. Rund um die Uhr auf Sendung www.bauforum24.tv